Yo, was geht ab? E-Mim Films ist am Start. Auf jeden Fall fragen sich sehr, sehr viele Leute, warum macht denn dieser Junge keine Videos? Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, aber ich habe Abonnenten verloren, ich habe auch Abonnenten dazu bekommen, was auch komisch ist, obwohl ich keine Videos gemacht habe, keine Vlogs mehr gemacht habe. Project 100 wird wieder anfangen. Das Problem ist einfach, meine Kamera ist kaputt, die Legria hat den Geist aufgegeben, habe zusätzlich meine Batterie zerstört, meine Speicherkarte zerstört. Es ist halt so, ich warte jetzt darauf, dass Saturn mir eine Nachricht per Mail schickt und sagt, okay, ihre Legria ist wieder in Ordnung, weil ich habe noch zum Glück Garantie ein bisschen und deswegen hatte ich Glück gehabt, dass ich die einsenden konnte. Ich hoffe nicht, dass die irgendwie irgendeinen Fehler finden. Ich möchte auch nicht zu viel reden. Da ich ja jetzt so lange gefehlt habe, habe ich für euch ein Special vorbereitet, weil ich habe Roberto Hilbert und Irma Toprak getroffen, deswegen haue ich ein Special raus. Quasi einfach nur für die Zeit, die ich gefehlt habe. Ich hoffe, die Kamera wird in einer Woche wieder zurück sein im Saturn, dann kann ich wieder normal Vlogs drehen. Wenn jemand auf jeden Fall diese zwei Autogrammkarten haben möchte, der kann mir gerne schreiben bei Instagram unter Elif Emin YouTube unten in der Beschreibung. Und ich werde da extra auch ein Bild hinzufügen, wo ihr dann natürlich einfach reinschreiben könnt, ob ihr die haben möchtet. Dann könnt ihr mir natürlich noch eine private Nachricht schreiben bei Instagram. Ich glaube, das geht mit eurer Adresse. Falls ihr die haben möchtet, dann sende ich euch die einfach zu. Abgesehen davon haben wir noch ein Special und zwar habe ich hier Armbänder. Diese werden personalisiert und die kriegt ihr dann zugeschickt. Ich werde auf jeden Fall drei Giveaways machen, das heißt drei von diesen Armbändern und ich gebe einfach noch die Karten her. Der Lust hat auf jeden Fall auf besondere personalisierte Armbänder. Die Dame verlinke ich unten in der Beschreibung und könnt ihr mal auf jeden Fall nachschauen. Und wenn euch was gefällt, wenn ihr irgendeine Idee habt, was für ein Armband ihr haben möchtet, das sende ich euch dann natürlich gerne zu. Oder das sendet sie euch dann gerne zu. Und ihr könnt euch natürlich aussuchen, was ihr wollt. Wollt ihr rot, wollt ihr grün, wollt ihr irgendwelche anderen Farben? Es gibt auf jeden Fall genug Auswahl. Da könnt ihr auf jeden Fall auf dem Instagram-Channel vorbeischauen. Und dann schreibt ihr auf jeden Fall einfach nur auf der Instagram-Page von PerleGant Monkey Films und dann markiert ihr noch zwei Leute. Kriegen drei Leute von mir auf jeden Fall Armbänder mit einer personalisierten Nachricht. Abgesehen davon, ja, das ist nicht alles, abgesehen davon kriegt ihr von mir noch Kekse geschenkt. Ich werde zwei meiner Lieblings-Kekspackungen verschenken. Das heißt, ihr werdet genau wie bei dem Part einfach nur unter den Bildern hier posten, ob ihr Kekse haben möchtet. Dann müsst ihr halt einfach nur schreiben Keks und markiert dann zwei Leute. Und ihr kriegt dann natürlich auch Kekse von mir, die Lieblings-Kekse. Ich werde jetzt nicht irgendwelche einfach so nehmen, irgendwie von Aldi oder so, sondern ich werde mir auf jeden Fall die nehmen, die mir am meisten gefallen haben. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende, damit das so eine kleine Erklärung ist. Meine Kamera ist kaputt. Ich werde aber wieder anfangen, sobald die wieder zurück ist. Das heißt, für die Armbänder auf PerleGant Monkey Films schreiben, zwei Leute markieren. Und für die Autogrammkarten und für die Kekse einfach Keks oder Autogrammkarte unter meinem Video, wo ich dann unser Foto hier posten werde. Peace out. Ich wünsche euch noch alles Gute. Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch. Auf jeden Fall verlasst nicht meinen Channel. Das geht definitiv weiter, wenn ich meine Kamera zurück habe. Peace out. Pow. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.